Am Anfang hatte ich Angst, dass es das wohl sei, dachte mir, ja mit der Fliegerei wär's jetzt wohl ganz vorbei. Und ich lag wach, so manche Nacht dachte, was er mir angetan und ich wurde stark und lernte, wie es gehen kann. Ich werde es dir überleben, ich werde es dir richtig geben, ich bleibe an dir dran, trachte dir nach dem Leben. Doch fühlst du dich sicher, kannst du hören dich kichern. Pass auf, wo du hockst, ich hau dir auf den Riecher und boom. Oh, weißt nichts von einem Kakadu, der abgeht, der abdreht und fiese Gedanken kriegt du. Das glaube ich einfach nicht. Danny? Meinst du? Das nimmt mich rechtmäßig, bin voll zu erneutig. Hör mal, wie ich spring mit ohne Auto-Tune. Weglos. Er hat's gemacht? Ja, versuch mich klein zu machen und ich werd bloß stärker. Ja, wenn du den Haken gibst, glaub mir, ich bin härter. Wenn du glaubst, du bist Tinkong, dann bin ich Tinkonger. Gib her meinen Thron, geh mir nicht auf den Keks, eines ist klar. Mach ne Fliege, du Baba! Ist ja bezaubernd. Ich überlebs. Bis ich überlebt. Trio 2, Jungle Fieber. Wir werden um Mitternacht angreifen. Denn das ist Gruseliga. Wir werden um mitternachtig, was wir veröffentlichen, was wir jetzt abdreht, was wir, um Mitternacht hermitätig? Oh Gott, wir werden uns befreit. Wir werden uns beperren, um mit dem Falle zu tun. Wir werden uns beperren, was wir da um mit ihm. Vielen Dank.